Oh, kleine Kügelchen, wir haben oben dann wieder so ein Leuchtekern, achso, hoppla, eigentlich wollte ich noch nicht herunter, aber okay Lass mich raten, hier sind diese Eiskristalle, ich krieg jetzt irgendwas mit dem Eis zu interagieren Eiskieselfertigkeit erhalten, aha, was macht die denn jetzt? Was macht die denn jetzt? Eisplattform erstellen, schießen mit Eiskieseln auf Eisklächen, um eine Eisplattform zu erschaffen Schießen mit Eiskieseln Ja, und jetzt? Was ist mit Eiskieseln eine Eisplattform zu erschaffen? Ja, hm, was ist denn jetzt so eine Eisplattform? Ja, was mache ich denn damit jetzt? Jetzt habe ich die ganze Zeit nicht verstanden Gibt das nochmal irgendwelche Tutorials? Hinweise Damit kann ich auch nichts machen Spiel, würdest du mal noch sagen, was ich jetzt hier tun soll? Das war jetzt hier nicht gemeint, ne? Die kann ich auch gar nicht anschießen Eine Eisplattform zu erschaffen Ich meine, ich sehe hier nichts, was ich nicht schon vorher Gesehen hätte Also muss ich doch hier Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen Und mir schade ich ja wieder Nee Wart mal Steht da irgendwas dabei? Ja, super Super Ähm Ja, super Ich meine Eis konnte ich doch vorher schon Jetzt wäre ich wieder zu eilig mit dem Tooltip hier Also ich meine das kann ich ja sowieso schon Moment mal Bin ich jetzt hier? Bin ich jetzt hier? Hä? Also ich meine Hm Das bringt mir doch jetzt wenig Achso, so komme ich auf jeden Fall mal hoch. Aber wirklich Sinn hat das jetzt für mich irgendwie nicht ergeben. Oder, 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 das Spiel möchte jetzt, dass ich anhand von diesen Eiskristallen da rüber hüpfchen, oh ne, also quasi hier hoch, und dann hier, da drüber, ja, ja, das wäre jetzt jedenfalls noch so die eine Möglichkeit, die ich mir vorstellen könnte. Ja, genau, ja, da haben sie sich die bescheuerte Mechanik aber auch bis zum Schluss aufgehoben hier nochmal, ne. Vor allem, ne. Deswegen haben sie hier wahrscheinlich den Baum auch hingestellt, dass man sich wieder hochreilen kann. Man muss sich schon wissen, dass das hier, äh, sagen wir sie mal so lezent und nicht so cool ist. Ach. Okay, jetzt noch hier. Ja. Und das ist ja für den ganzen Scheiß nur für vorne, Mann. Ah, come on. Leute, das war, das war keine coole Idee mit dem, mit dem Eiskristall ernsthaft. Und trotzdem ist es ja jetzt eigentlich nichts Neues. Ich meine diese Kristalle hatte ich doch auch schon in einem dieser Rätsel. Ich weiß nicht, ich kann mir irgendwie das so schwer vorstellen, dass das jetzt hier diese Mechanik sein soll. Also, nicht verzagen. Äh, wo muss ich damit denn jetzt hin? Wo muss ich damit denn jetzt hin? Nach oben, ne. Die wollen hoffentlich jetzt nicht ernsthaft, dass ich da, dass ich da jetzt da hier, das wird nie und nimmer klappen. Dass ich da rechtzeitig hochkomme. Ja, genau. Genau. Weil ich Schaden erlitten hab, ist das Ganze jetzt eh bei dem Teufel. Boah. Eisplattformen klingt nach was anderem als das hier. Ernsthaft. Ich bin nur auf ... Oh man Oh man Was mache ich denn? Ähm Das will ich denn mal schauen Das war doch hier oben, ne? Das war doch hier oben Das war doch hier oben, wo ich dann die Kugel brauche Ja, genau Ähm Moment Hier, du wirklich schon geht natürlich auch, ne? Schade Manchmal Kann das sein, dass ich vielleicht hier die Dinger anschließen muss? Ne Manchmal so so, manchmal so So Jetzt aber hier Hopp, 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 hopp Okay, das Was bringt mir hier Treppen? Hm Oh nö, jetzt geht's hier weiter, ne? Jetzt geht's hier weiter Dann komm ich jetzt hier hoch Das ist wahrscheinlich so Aber das reicht doch jetzt nicht, um da jetzt hochzukommen Doch Ähm Und jetzt so? Fehlt aber was Ach nein Hier fehlt nichts, hier muss ich wieder Nein Was hab ich denn jetzt gemacht? Okay, das war so ein Max Payne-Schuss Aber so aus der Lust, äh, Luft Im Slow-Motion geschossen hier Ähm, okay Das ist wieder so ein Glücksgedöns hier Echt wahr Und das hat hier Echt Das hat nichts mit Skill zu tun Moment Das ist, ne, das ist nicht wieder die Vordertür Das wär's jetzt noch gewesen Wenn das Spiel jetzt hier sagt Ja, hier, äh Das ist der Eingang Viel Spaß Du bist wieder Zurück Ähm, was haben wir denn hier? Jetzt müssen wir kurz ein bisschen umschauen Küste Seitlich geht's da auch Ich guck grad mal, ob da noch irgendwelche Kisten sind Das sind auf jeden Fall mal Gegner Oh, das ist eh wieder ein Ressel Da unten ist ne Kugel Im Wasser So, jetzt ist die Frage Was muss ich denn damit machen? So, wir sind jetzt wieder im Belieb-Radies So wie's ausschaut Ähm, ne Möglichkeit wäre Ach so, okay Das ist nur für die Kiste Ach so, da ist Das ist ja einfach Die Kugel krieg ich da schnell hin Ähm, so Wo geht's denn hier jetzt weiter? Oh nein Ich seh schon wieder diese Eiszapfen Ich krieg hier echt Einen Eiskoller Wie komm ich jetzt hier weiter? Also Moment mal Was soll ich denn hier jetzt Wurde kommen? Ähm Was hab ich denn hier so Dabei gedacht Na, ist denn auf der anderen Seite? Also hier geht's auf jeden Fall Dann nur weiter Wenn wir wahrscheinlich Irgendwie das Eis Daher bekommen Das ist ähm Da haben wir auch so ein Eisrätsel Eisblock Was hat das jetzt wieder? Das ist super Das ist super Dass ich hier einfach mal Vom Eis hier weggeschickt werde Weggekickt Breit 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 Das sieht mir fast so aus Wenn ich hier ne Kugel bräuchte eigentlich Aber wenn ich so hoch komme Ist mir das auch egal Ah, okay Alles klar Ich hätte wahrscheinlich hier einfach hochschießen müssen Dafür hätte ich das nur sehen müssen Und hier Geht's jetzt aber nicht weiter Ah doch Ja Einschalter Mitten Moment Jetzt brauche ich wieder irgendwas Was ich hier drauflegen kann Den Eisblock Oder einen von den Eisblocken hier Und hier sind ja noch mehr Schalter Okay Ähm Ich bin jetzt da ein bisschen durchgeschoben Danke So Da haben wir auch noch einen Schalter Das sind insgesamt drei Ähm Ja, aber das haut ja nicht hin Das haut ja nicht hin Wahrscheinlich Soll ich Einen Eisblock quasi da hoch bewegen Ja Das heißt ich muss hier Den erstmal dahinter schieben Okay Jetzt verstehe ich auch warum der Initial überhaupt erst da hinten war Der war eigentlich schon dafür gedacht Dass man den hier hoch schiebt So Jetzt können wir den hier wegnehmen Das ist der Stein quasi oben Also der Block Und können den hier dann auspacken So Müsste jetzt eigentlich oben der Block frei sein Sieh da Nice Jetzt ist es ja zu groß So Langsam 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 Oder muss ich jetzt hier noch einen Schmelzer machen Jetzt muss ich diesen Hier wieder irgendwie hoch bekommen Genau Da fährt er hoch Ist die Frage Fährt er jetzt wieder runter Ne Ähm Äh Meister Wo willst du denn du hinfahren Soll ich mal wieder zurückkommen Was soll der Spaß passieren Ist da Und ich muss jetzt wahrscheinlich hier gezeitet mitlaufen Ähm Ernsthaft Du willst mich jetzt verarschen hier oder? Du willst mich jetzt hier verarschen Was soll ich denn so hoch kommen? Du willst mich jetzt hier verarschen Was soll ich denn so hoch kommen? Schön verschwommen So Ähm Wie komme ich denn da jetzt hoch? Wie kann ich denn da jetzt hoch? Wie kann ich denn da jetzt hoch? Wie kann ich denn da jetzt hoch kommen? Ich kann jetzt hier gucken Dort oben Ähm Ähm Hä? Jetzt bräuchte ich wahrscheinlich wieder diese komischen Plattformen da, ne? Soll ich da jetzt hochkommen? Soll ich da jetzt hochkommen, echt? Ich bin hier gerade echt überfragt Oh Man kann hier hoch Okay Oh Mann, oh Mann, oh Mann Ein Schalter Ist das Saum jetzt frei geworden? Okay Bist du gezielt? Geplant? Oder habe ich da jetzt einfach wieder nur Glück gehabt, dass ich da nicht hochziehen konnte? Vor allem, wo habe ich mich denn ganz hochgezogen? Whatever Whatever, ich will es gar nicht wissen Das ist, ähm Ich habe, glaube ich, hier irgendeine Kernlogik hier gerade nicht verstanden Nämlich die müde Plattformen Ich hoffe nur Aber ich befürchte, dass ich die jetzt dann Irgendwann noch brauchen würde Nee, das macht hier Ich verstehe das gerade dahinter nicht Was ist denn da hinten? Ist frei geworden Ich hüpfe da mal kurz ins Wasser Ne Kugel, natürlich Bis deswegen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Untertitelung. BR 2018